Adopt Me, UGC Refresh und ja, wir haben auch 30 neue Möbel bekommen und die schauen wir uns jetzt alle mal an. Zum einen haben wir das Wing Pet Pet für 298$, das ist auch wieder an das alte Ägypten angelehnt. Und ja, hier drin könnt ihr ganz normal schlafen, insofern ihr ein Baby seid oder euer Pet könnt ihr auch hier drauf schlafen legen und Erwachsene können aber hier drin nicht schlafen.